Paola Maria und Alex Toss sind schon ein Jahr ein Paar. Paola Maria, 29, und Alexander Toss feiern einen süßen Meilenstein. Die YouTuberin hatte eigentlich erst im Februar 2022 ihre Trennung von Ehemann Sascha Koslowski, 36, bekannt gemacht. Doch nur kurz nach dem Liebesaus traf die Influencerin Amos Pfeil erneut, und im Herbst stellte sie ihren Fans Alex als ihren neuen Freund vor. Jetzt feiern die beiden schon ihren ersten Jahrestag und der Unternehmer könnte kaum verliebter in Paola sein. Auf seinem Instagram-Profil macht der Geschäftsmann seiner schönen Freundin nun eine Liebeserklärung. Du kamst in mein Leben, als ich am zerbrechlichsten war, schreibt er dort und fügt hinzu. Seit Tag 1 bauen wir uns gegenseitig auf, unterstützen uns, hören zu, aber kritisieren auch, wenn es notwendig ist. Wir sind gegenseitig unsere größten Unterstützer. Paola sei viel mehr als seine Liebe, sondern auch sein bester Freund, versichert Alex. Alex macht die zweifache Mama nach ihrem Ehe aus wieder so richtig glücklich. Mit dem Blondschopf erlebte sie zuletzt auch ein richtiges Abenteuer, denn die beiden wagten sich gemeinsam auf den Jakobsweg. Jetzt wissen wir erst recht, dass wir zusammengehören, zog Paola nach der Wanderung ein Fazit bei Instagram.